Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7275 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Es liegt mir sehr am Herzen, über dieses Thema zu sprechen. Es liegt mir sehr am Herzen, über dieses Thema zu sprechen. Es liegt mir sehr am Herzen, über dieses Thema zu sprechen. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Die alte Kupferkanne stand jahrelang bei meiner Oma im Wohnzimmerschrank. Für Apfelsaft werden die Äpfel gepresst. Für Apfelsaft werden die Äpfel gepresst. Für Apfelsaft werden die Äpfel gepresst. So entsteht frischer Saft. Ein Durchbruch ist ein plötzlicher und bedeutender Fortschritt in einer bestimmten Sache. Ein Durchbruch ist ein plötzlicher und bedeutender Fortschritt in einer bestimmten Sache. Angelika erklärt ihrem Mann, wie man eine Kreditkarte für Online-Einkäufe verwendet. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.